Das ist ein ganz flottes Outil für ein Quiz zu machen, mit einer Gruppe kann erzusammen, mit einer Klasse. Es lässt sich formidabel kombinieren an alle Fächer, Französisch, Deutsch oder Science, Geschichte, Geografie, aber für alle Themen, das es geeignet ist. Das ist ein Erklärvideo, das ich für euch als Spielleiter verabschiedet habe, der das Spiel administriert. Und das will ich euch nur weisen, wenn ihr euch einen Account möchtet, also sich registriert. Am besten geht ihr vielleicht hier, Sign up for free, also das ist k.ut.com. Gehen wir hier hin, wo wir an der Summe haben, wir sind ein Teacher. Und dann, wenn ihr kein von den Accounten da habt, da könnt ihr hier auch eine ganz einfache, eine Mailadresse sehen. Und dann, da geht ihr nur von einer Schuhe an. Und passen, Krankspacen sind erlebt. Dann, Mailadresse. Du könnt ihr ja die Mailadresse sehen vom Office 365. Und dann ein Passwort. Und dann, da gehen wir hier hin, Continue for free. Voilà, und wir können hier auch um Riedschen gucken. Und dann, da sind wir nur automatisch angelockt. Vielen Dank.